2, 3, 4, 5, 6 Und dieses Muster passt jetzt perfekt in einen 6-Achteltakt rein. Zum Beispiel House of the Rising Sun, ein Song im Dreivierteltakt, könnten wir auch mit diesem Muster begleiten, wenn es eben in einem 3er oder 6er Taktgefüge zusammenpasst und deswegen muss ich dann hier das Muster dann entsprechend anpassen. Alles was ich tue, um dieses Picking Muster anzupassen ist, ich fühle hier zwei weitere Töne hinzu und lege sozusagen noch einen Rückweg mit dazu ein. Also ich spiele hier die Seiten rauf, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und jetzt geht es mit dem Mittelfinger zurück und mit dem Zeigefinger zur Gehseite nochmal. Und dadurch habe ich eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wenn dieses Picking Muster gut funktioniert, dann bist du bereit für die nächste Runde Fingerpicking mit mir zusammen. Und ich habe noch ein drittes Video vorbereitet, in dem ich dir zeige, wie das ganze Fingerpicking erweitert wird. Da zeige ich dir ein typisches Lagerfeuer Fingerpicking Muster, was eben in ganz, ganz vielen Akustik Gitarren Songs vorkommt. Und es macht richtig Spaß, dieses Fingerpicking Muster schnell zu spielen und gut zu können. Deshalb wird das dritte Video in dieser Serie auch nochmal besonders spannend sein. Guck einfach oben in meinem Kanal, da kannst du mich abonnieren und du kannst auch nochmal gucken, was für Videos ich sonst noch drin habe. Ich habe einige Lektionen für dich vorbereitet. Und es bleibt sehr, sehr spannend, was ich in diesem YouTube-Kanal noch alles so weiteres tun wird. Das war es von mir an dieser Stelle im Online-Gitarrenkurs. Wenn du weitere Lektionen von mir bekommen möchtest oder auch die PDF-Dateien zu diesen Übungen, die ich dir jetzt im Video gezeigt habe, dann kann ich dir sehr empfehlen, mich in meinem Online-Gitarrenkurs zu besuchen. Den findest du auf der Seite online-gitarrenkurs.de. Ich blende das auch hier unten nochmal ein. Und würde mich freuen, einfach wenn du dabei bist und mitmachst. Und wir sehen uns in einer weiteren Lektion. Dein Georg Nauberg. Tschüss. Dein Georg Nauberg.